K-360-Grad-Feedback Das K-360-Grad-Feedback dehnt dazu, Führungsverhalten einzuschätzen. Andreas ist Führungskraft. Er stellt sich diesem Überblick für Champions und bestellt sein Frühstück. Einmal systematisch angewandt, beantwortet das K-360-Grad-Feedback folgende Fragen. Wie wird Andreas wahrgenommen? Von seinen Mitarbeitern, von Kollegen und von Vorgesetzten. Wie erleben die Menschen in seinem Arbeitsumfeld ihn als Führungskraft? Dann wird verglichen. Schätzen die anderen Andreas ähnlich ein, wie er sich selbst sieht? Oder weichen die Einschätzungen voneinander ab? Wo sehen die Feedbackgeber Stärken von Andreas? Und wo empfehlen sie ihm als Führungskraft eine Verhaltensänderung? Andreas profitiert enorm vom K-360-Grad-Feedback. Mit diesem Werkzeug werden Feedbacks verdichtet und in einem Gutachten präsentiert. Andreas erhält Hinweise, wie er sein persönliches Verhalten verbessern kann. Mit diesem Feedback kann man wachsen. K-360-Grad-Feedback gibt es für einzelne Führungskräfte, für ganze Teams oder für alle Führungskräfte einer Firma zusammen. Sie alle erhalten Antwort auf die Frage, wo kann ich meine Performance verbessern? Das K-360-Grad-Feedback ist ein wertvoller Baustein des Leadership Developments. Wenn es erfolgreich greift, ist Andreas auf dem Weg zum Champion. Unsere K&P-Berater sind ausgewiesene Spezialisten im Einsatz von K-360-Grad-Feedbacks. Wir beraten Sie gerne. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. 9Grad-Feedback